Der Weltraum, unendliche Weiten. Wir befinden uns in einer fernen Zukunft. Dies sind die Abenteuer des neuen Raumschiffs Enterprise, das viele Lichtjahre von der Erde entfernt unterwegs ist, um fremde Welten zu entdecken, unbekannte Lebensformen und neue Zivilisationen. Die Enterprise dringt dabei in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Untertitelung des ZDF, 2020 Sternzeit 476825, 25,3 Plato Logbucheintrag Captain Picard Wir haben heute unsere erste Bierverkostung gemacht, für unser Gastgeschenk für die Red Alien Zivilisation auf dem Planeten Plato. Dieses Bier, Red Alien Ale, aus der Bierzauberei, als Gastgeschenk für unsere außerirdischen Freunde zu präsentieren. Espresso Amber Ale ist ein Bier, das mit Gourmetkaffee gebrot ist. Das schmeckt tatsächlich wie ein Kaffee mit Schuss. Hier haben wir das Mango Ale, wäre auch gut geeignet als Gastgeschenk für Aliens. Da ist Mango Saft drin. Bei diesem Bier, diesem 1852, Burden Ale, das ist uns zu schade, um das an Aliens als Gastgeschenk zu geben. Dieses Bier ist absolute Sexbombe und wenn wir mal davon ausgehen, dass es viel mehr Aliens gibt als Menschen auf dem Heimatplaneten Erde, können wir das unmöglich hier nach außen geben. Das wollen wir selber trinken. Hier haben wir das California IPA, also die ganzen Biere sind von der Bierzauberei von Günther Thömmes, aus Österreich, aus Wien. Das ist auch ein ganz ordentliches India Pale Ale. Das hier war das Weihnachtsbier, Spekulatius Ale, sehr schöne Aromen, wunderbar. Hier haben wir dann ein sehr kräftiges Bier mit einem kräftigen Malzkörper, das ist das Matador. Und hier haben wir unsere Red Alien-Ail.... ALARM STUFE ROT! Bi Beow! 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 Beow!